Heyo Leute, herzlich willkommen zurück zu Hypixel Skyblog zusammen mit dem Plissor. Hallo. Ich hoffe ihr schaut fleißig die Folgen bei ihm, weil da geht es nämlich auch immer heftig voran mit dem Fortschritt. Wir waren das letzte Mal in den Lapis-Minen und haben natürlich so viel Lapis-Rüstung bekommen von den Zombies. Genau, um genau zu sein. Null, weil die halt eine mega krasse Drop-Chance haben. Naja, aber ich tue jetzt mal hier einfach mal die Dinger hier leeren. Ich habe gelesen, ähm, Blissor, man kann die hier upgraden. Next Tier brauche ich 20 Mal Oakwood und diesen Minion. Und dann kriege ich einen Zweier-Minion. Deswegen werde ich jetzt den hier mal abbauen. Das geht ja, oder? Oder wie baue ich den ab? Warte mal, kann ich da einen Rechtsklick machen? Ideal-Layout. Ah, hier, Pick-Up-Minion. So, hab den Minion jetzt gepick-up, dann packe ich ihn hier rein. Einmal in die Mitte und mach einmal das hier außenrum und einmal das hier außenrum. Und dann nochmal was hier außenrum. Und dann kriegen wir hier den Oak-Minion 2. Das ist schon mal gut. Da haben wir was mit dem Holz auf jeden Fall richtig gemacht. Wir stellen den hier hin. Was sich jetzt verbessert hat, kann ich dir nicht genau sagen. Aber ich packe das jetzt hier auch wieder hin. Der hat ne, ne, der hat keine größere Fläche. Was hat denn der dann? Ne, irgendwas maximal Storage. Ist hier ein Platz frei. Guck mal, es sind drei Plätze hier frei. Also mehr Storage. Okay, ich sehe auch, der ist scheinbar ein bisschen schneller geworden. Ja. Aber es ist winzig. Ich weiß nicht, ich glaube minimal schneller. Auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch den Iron-Dingsbums. Next hier brauchen wir 20, immer 20 Eisenbarren. Ich weiß nicht, ob wir da genug haben. Ich habe jetzt mal rausgenommen. Haben wir denn irgendwo noch Eisen? Ich habe hier welches geschmollt. Ja gut, müssen wir mal mehr Öfen machen, ne. Um dann das zu upgraden. Dann haben wir hier natürlich das Gold und die Kohle. Kann man dann immer weiter upgraden. Ich hoffe, dass die dann halt schneller sind. Wir können aber theoretisch einfach mal unser ganzes Holz verwenden, um diesen Minion auf weiß ich nicht, was für eine hohe Stube zu machen. Wir haben hier ein Mastig-Holz. Ja, haben wir auch Oak. Also auch Oak? Ja, genau, hier unten. Ah, okay. Ja, dann lass uns das doch machen, oder? So. Ja. Ich weiß nicht, ich mach das Eisen ab. Dann farm ich währenddessen die Ärzte mal ab. Und ich mach hier mal ein bisschen was rein. Und die Kohle auch einfach mal da unten rein. So, dass hier ein bisschen was geschmolzen wird, damit es hier vorangeht. Daneben machen wir hier nochmal. So, ups, so, so. Und so, so. Perfekt, dann haben wir hier mehr. Was brauchen wir? Ich bin gerade das Zeug gefallen. Was? Weißt du, ich dachte, ich wäre unfähig. 40 Holz brauchen wir da jeweils. Warte mal, ich guck mal. Oh gut, oh gut. Das haben wir schon. Oh, Alter. Du hast halt, du bist halt ein richtiger Suchtbolzen, Alter. Kann das sein? Oh Gott. Die paar Blöcke da. Das geht schon. Ich geh auf Pick-Up-Minion. Tun Upgraden. Pack den in die Mitte. Mach direkt öfter, wenn's geht. Ja, ich versuch's. 40. Ähm, nee. Jetzt muss ich doch 40, glaub ich, machen. Ähm, ich weiß noch, ob das alles reicht. Also, einmal auf jeden Fall, ne? So, und dann brauchen wir mehr. Hier, Oak-Minion 3. Alter. Warte mal, was brauchen wir? Ich stell ihn trotzdem kurz auf, ne? So, was ist hier jetzt anders bei ihm? Er hat nicht mehr Slots, aber er, ähm, ist drei Sekunden schneller. Das nächste Tier wären 64. Ah, 8 64er Stacks. Okay, jetzt haben wir. Warte, ähm, Pick-Up. Ich will nur da immer regelmäßig reingucken. Das heißt, der kommt in die Mitte. Dann das außenrum, das außenrum. Alter. Wir können damit übel abgehen. Klar. So, und so. Stufe 4. Nie wieder Holzfahren. Naja, das ist ja, ne? Wie gesagt, ich sag das, glaub ich, jede, ähm, äh, ich glaub, ich sag das jede, äh, Session, die wir aufnehmen. Cookie-Clicker? Ja. Das Cookie-Clicker-Prinzip. Ja. Oder? Schon. Fürs nächste Tier brauchen wir dann nämlich schon, ähm, Enchanted Oakwood. Und das craften wir, indem wir 32er Stacks wie ein Kreuz anordnen. Also 5, oh Gott. Warte mal, das muss ich jetzt mal kurz, äh. Okay, das, das wird jetzt dann, äh, aufwendig. Mhm. Warte mal, da ist nochmal eins. Ähm, so, so. So, 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 und so. Er gibt ein, oh Gott, Enchanted Oakwood. Eins. Oh Gott. Ich sag dir das, äh, das, da, oh, Alter, wenn das dann, das wird dann voll nervig. Ich hab jetzt zwei, ich hab jetzt zwei Enchanted Oakwood. Help! Und wie viel brauchen wir davon? Ähm, acht jetzt erstmal, damit wir, ähm, den nochmal upgraden können. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Mal. Ah, doch, es reicht. Mal für was hier. Nein, es reicht nicht mehr. Ah, doch, 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 doch. So, ich hab jetzt vier. Wir brauchen dann auch wahrscheinlich noch. Okay. Ich hab vier von dem Enchanted Oakwood. Alter. Aber ich mach noch ein paar. Ähm. Wie, wie, du machst noch ein paar? Ja, ich hab noch ein bisschen Holz gefunden hier. Ah, okay. Von dem Oakwood. Ja, aber ich, ah, okay, passt. Wie viel hast du? Oh, ich komm auch nicht zu viel. Ich hab einen bekommen. Ah, ja eben. Das ist saukrass einfach. Hm. Oh, ich hab ein Protection Enchantment Buch könnte ich craften. Ähm, was ich noch machen wollte, ist, noch drei, ähm, Lava Buckets kaufen. Hm, dann können wir Obsidian hinklatschen. Aber wir müssen noch Diamant farmen, weil das hier dürfen wir ja nicht benutzen. Guck dir mal. Oh man, das ist voll mies, dass wir das nicht benutzen dürfen, ne? Ja, hey. Ja. Ja, müssen wir durch. Da müssen wir echt durch. Also, da ist echt krasses Zeug dabei, sag ich mal. Vor allem die Diamond Pickaxe zum Beispiel. Aber gut. Ähm. Kommst du mit? Oder warte, ich geh einfach mal. Ja, ich komm mit. Ja, okay, gut. So, ah, den Koppeldinger können wir auch noch upgraden. So, du kannst mir ja eh hinterher springen. Ja. Hat es geklappt? Gut, hier. Ja, du bist da. Ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich hier. Hi. So, komm mal mit. Äh, ja, hi. Es gibt hier irgendwo einer. Ich muss nur mal gucken. Das ist der Lumber Merchant. Ein Adventure. Es ist einer, der heißt Bilder. Fisch Merchant. Ein Amorsmith. Oh, warte mal, ich guck mir den mal an. Was ist der so bietig? Alter, okay, hier können wir uns eine Dia-Rüstung kaufen. Okay. Ja, also könnte man hier easy kaufen. Alter, so Enchanted Oakwood ist 1600 wert. Nice. Gut, das ist auch ein bisschen Holz. Ja, ja. Ein bisschen Schweres. Äh, wir brauchen einen, einer, der heißt, das ist ein Bilder. Ich glaube, der ist da hinten vielleicht. Hm. Wrench. Hm, hm. Was gibt's hier? Leider nicht. Aber es gibt einen Mine Merchant. Ja. Mine. Okay. Äh, Weaponsmith. Ah, hier ist der Bilder. Dann guck mal hier. Und bei dem Bilder können wir nämlich hier für 20 Coins diese Lava-Eimer kaufen. Eins, zwei, drei. Und jetzt bräuchten wir dann nur noch, ähm, die Diamanten. Was kann der Weaponsmith? Guck mal, was der so anbietet. Oha. Eine Dia-Schwert schon mal. Das hier macht mir 20 Damage. Das hier macht schon 35 Damage. Ähm, ich kauf mir das. Ah, oh, da gibt's noch ein Rare. Ein End-Sword. Ich hab das End-Sword. Gibt mir 100% Damage gegen Enderman, Enderdragons und Endermites. Aber die bekämpfen wir ja nicht. Nein, aber trotzdem 35 Damage. Ja. Und es ist Rare. Ich glaube, ich hol mir das einfach. Okay. Soll ich schon mal ein gutes... Nein, nein, ich hab's aus Versehen wieder verkauft. Nein. Warte. Nein, ich hab's gekauft und wieder verkauft. Ich trolle. Ich kauf's trotzdem nochmal. So, ich bin jetzt arm. Oh nein. Oh nein. Da ging's Geld weg. Ja. Ja, ja, ja. I'm sorry. Egal. Ähm, gut. Dann, äh, geh ich jetzt hin. Pass auf. Wo kriegen wir die Diamanten her? Aus den Minen. Ne? Aber aus welcher Mine? Da kriegen wir die Diamanten aus? Es soll scheinbar aus dieser, in dieser Mine ganz unten Diamanten geben. Ja, gucken wir mal, oder? Und man kann die wohl am Rand farmen. So war zumindest der Kommentar, dass dort die Monster uns in Ruhe lassen, aber nur wenn wir am Rand sind. Ansonsten sind wir in ziemlichen Bedrängnissen. Also gehen wir da mal rein, weil wir brauchen fünf Stück. Einmal für die Pickaxe und einmal für, ähm, die zwei Dinger. Und dann brauchen wir noch Zuckerrohr und Leder. Ja. Ja. So. In der Goldmine. Oh, sind wir jetzt wieder an der selben Stelle? Ich glaube. Also ich seh' dich nicht. Wart mal, ich drück' mal hier einfach auf Follow. Okay, super. Müsste bei dir sein, Jens. Ja. Ja, ich seh' dich. Oh, bis das geladen hat immer. So, dann schocken wir mal runter. Dann hätten wir nämlich einen Verzauberungstisch. Äh, ach so, geradeaus, genau. Ja, da in die tiefere Ebene. Also bei den, kommt da nicht erst nach, kommt da nicht nach Lapis, das Pigmentzeug, wo du gestorben bist und so? Ja, genau. Oh. Ähm, ich glaube, jetzt muss ich dir wieder folgen. Mist. Ja, drück' mal. Äh, Follow. Alla bis das geladen hat immer. So, bin da. Das ist echt heftig. Okay, hier müssen wir dann wahrscheinlich ganz runter. Hm. Oh, da ist ein Creeper gespawnt. Ähm, runter geht's hier. Das war die Creeper-Ebene. Ja, hier geht's ganz runter. Dann kommen wir zur Lapis-Ebene. Und dann geht's weiter. Ja. Mit dem Schwert hier komme ich wenigstens relativ gut gegen die an. So. Wo geht denn hier der Weg runter? Oh, lol. Aufpassen. Hey. Alla. Okay, komm. Wir brauchen die Diamanten unbedingt. Hm. Können wir nicht hier runter? Dann wahrscheinlich da. Ich weiß es nicht. Nein, wir können da nicht runter. Es gibt doch... Wir müssen in die Pigman-Ebene zum Redstone. Genau, das suchen wir jetzt mal. Das heißt, wir gehen denen jetzt hier aus dem Weg. Oh, du klasse. Ah, ich mach die einfach weg. Oh, Gott. Alter, die machen halt voll Schaden. Okay, hier geht's runter. Dann kommen wir zu den Pigmans. So, das sind nicht alle aggressiv, wenn ich das verstanden habe. Komm. Komm mal, ich muss mich healen. Also, was heißt healen? Ah, die lassen wir wohl. Nicht alle. Anscheinend gibt's random Agro. Wir müssen jetzt noch tiefer. Und dann kommt, glaube ich, entweder Emerald oder Diamond. Ich weiß es nicht. Ah, okay. Und dann, wenn wir Diamant haben, porten wir uns zur Insel zurück, oder? Weil das ist schon ziemlich tödlich hier, glaube ich. Ich glaube auch. Ich weiß noch nicht, wie wir jetzt den Weg zu Diamanten finden. Irgendwo einen Weg runter. Ah, hier geht's runter. Ja, nice. Okay, das war relativ easy. Und da geht eine Treppe nach oben. Hä? Hä? Okay, jump mal hoch. Ja, dann gehen wir in. Treppe hoch. Oh Gott. Oh, da ist was. Was? Schau mal da. Da, drin. Oh, so eine Fairy Zone. Genau. Okay, jetzt sind wir aber wieder auf... Ne, wir sind nicht auf Lafis Ebene. Hä? Vielleicht geht's da runter? Ich weiß es nicht. Nice. Irgendwo muss es runtergehen. Also, hier könnten wir wieder runter. Da, 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 da. Ja, hier, hier, hier. Schon, gell? Ja. Hier müssen wir hingen. Okay, dann gehen wir da runter. Oh. Aber jetzt kommen wir erst zur Emerald Ebene. Oh, nein. Die soll richtig krass sein. Und das ist Slime? Ja. Die sollen richtig krass sein hier. Dann müssen wir aufpassen. Wir sind in Slime Hill. Sind die krass? Weiß ich nicht. Ich lasse mich einfach nicht treffen und dann passiert schon nichts. Die teilen sich auch nicht. Also, die hüpfen in ihre Form rum. Bist du bei mir? Ah, ja. Okay, nice. Das ist tot. Ich habe Flächenstaben gemacht. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach gehittet. Bist du tot? Der hat mich hochgeschleudert. Nein, aber ich glaube... Du hast du passen. Der ist ein bisschen böse. Oh, Gott. Pass auf. Nicht sterben. Wir sind brutal. Ja, wir müssen hier nur einen Weg runter finden wieder. Äh, ich bin gestorben. Nein. Egal. Ich kann ja einfach wieder diesen Aufzug nehmen. Ja, das stimmt. Also, zukünftig einfach meiden. Ups. Ich bin ja schon zweimal gestorben in der Folge. Oh, Gott. Ja, einmal aus Doofheit, ne? Ja, gut. Eigentlich beide Male, aber... Wo bist du jetzt? Oh, oh, oh. Ich laufe hier gerade rum. Ich suche einen weiteren Weg runter. Oh, Gott. Boah. Was die für einen Schaden machen. Die, gell? Die Slimes sind übel. Der eine hat eine Redstone-Rüstung. Ich suche einfach einen Weg nach unten. Ah, da sind wir hergekommen. Okay. Hm. Hier ist der Aufzug. Ah. What the fuck? Er spawnt einfach in mir. Ja, so ging es mir gerade außerhalb. Ah. Ich finde keinen Weg runter, Mist. Ich muss mich hier erstmal kurz in Sicherheit bringen. Um zu wrecken. Puh. Okay, ich habe sogar wieder eine Ferry gefunden. Oh, nice. Ich weiß aber gerade, wo du bist. Mensch. Wären wir nur beieinander gewesen. Ja. Egal. Moment. You already found me. Oh, lol. Ich habe es doppelt geklickt. Oh, oh. Alter, es muss doch hier einen Weg runter geben. Und warum ist hier eigentlich keine Musik mehr? Ja. Oh, das ist das Klasse. Oh, jetzt bin ich tot. Alter. Zack war tot. Da rennt jemand mit dem Bogen umher. Das ist gar nicht so schlecht. Nicht schlecht. Bin ich jetzt bei... Bin ich beim Aufzum? Da wollte ich nicht hin. Da kam ich doch her. Warte mal, ich frage mich, ob ich jetzt richtig bin. Ja, ich kann zu den Slimehills runter. Äh. Lol. Ich komme zu dir. Ich wurde nämlich gerade auch getötet. Äh, lol. Vor mir gespawnt One-Hits. Ja, ja, das war bei mir auch. Bzw. ich bin dann reingelaufen in den... Nein, hier geht es nicht lang. Allah. Okay. Was ist das auch für ein Monstrum? Die Slimes sind nicht reingelaufen. Die sind echt böse. Hä? Der hat mich nicht mal berührt und ich bin tot. Ich fühle mich verarscht. Ja, verstehe ich. Vor allem, ich finde keinen Weg runter. Wir brauchen nur die Diamanten. Oh, oh. Ich habe einen Weg gefunden. Du sind Diamanten? Nein, ich bin tot. Ah, am besten du wartest beim Aufzug und dann komme ich gleich hinterher. Ich weiß nämlich jetzt. Ja, ich hoffe, wir sehen uns. Gerade ausgeht. So ungefähr. Alter. Da kommen wir doch hin. Bist du schon unten? Äh, ich bin jetzt beim Aufzug. Ja, ich sehe dich. Oh, gut. Bin hinter dir. Okay, also wir müssen da entlang. Einfach nur geradeaus hier. Das ist viel zu einfach. Weiter geradeaus. Oh Gott. Und dann laufen wir am besten hier vorbei und runter und ich bin One-Hit gewesen. Oh. Alter. Also ich bin vorbeigekommen. Bist du beim Weg runter? Ja, ich stehe da jetzt einfach dort, wo du gestorben bist. Ich versuche zu dir zu kommen. Also dieser eine, der läuft so die ganze Zeit mit dem Bogen umher und zerstört alles. Fuck. Alter. Die sind echt böse. Ja, da spawnen so richtige Monster. Kämpfst du gerade gegen den Großen? Oh Gott. Okay, okay, okay. Bin beim Weg unten. Jawohl, nice. Oh Gott. Amen. Den müssen wir noch klatschen. Ja, hier sind die Diamanten. Da ist Lava. Nice. Nice. Oh, da ist ein Diamant. Ja, ja, hier war auch. Ich habe schon einen. Ach so. Nice. Wir haben die Diamanten. Äh, endlich. Okay. Okay, das heißt, jetzt können wir sterben. Ja, und wir können einen Verzauberungstisch machen. Vor allem, wie viel sind die verkehrt? Hier gibt es Skelette. Die müssen doch richtig viele Künstler. Oh, wow, wow. Was? Was? No one hit. Ja, da gibt es Zombies und Skelette in Diamant. Aber ich habe schon mal sechs Diamanten. Also eigentlich. Ich habe acht. Reicht doch, oder? Was? Wieviel brauchen wir überhaupt eigentlich? Ja, Moment. Ja, ja, ich komme jetzt zur Insel. Zur Crafting Table. Ah, nein. Ups. Habe wohl falsch drücken. Ähm, gut, bin bei der Insel. Dann brauche ich kurz Sticks. Oder warte mal, mach du mal eine Dia-Picke. Ich mache das Obsidian. Oh, Leute. So. Habe ich. So. Brauchen wir nicht gleich noch eine zweite, damit wir gleichzeitig abbauen. Ach so, ja. Mach doch ruhig. Komm, dann mach ich noch eine Zeug. Zack und zack. Äh, äh, lol. Ähm, hier. So, da passt. So, und. Ja. Zack. Oh, nein. Ich habe die Fackel runtergespielt. Äh. Äh. Egal. Pickaxe. You must double tap the drop button to drop this item. Ah, okay. Kindersicherung. Äh, lol. Alles klar, nice. Wir haben Obsidian. Oh, yeah. Jetzt dauert es nur ungefähr, ja, so eine Minute, bis wir die haben. Und dann. Ja. Moment, ich habe direkt zwei rausbekommen. Boah, was für ein cooler Trick. Durch Lack. Ja, klar. Wir haben genau wegen dem, nicht Lacks, sondern diesen Mining Level auf jeden Fall. Ich habe jetzt erst, nein, du hast meins eingesammelt. Ich habe nur eins. Ich habe nur eins. Okay, gut. Okay, pass auf, wir brauchen jetzt noch Leder und, ähm, und, äh, Dingensbumsens. Ne, du weißt, was ich meine. Oh, das ist jetzt sehr bekannt. Äh, Zuckerrohr. Zuckerrohr. Ah. Okay. Ich weiß nicht, aber ich würde sagen, das könnte eine Aufgabe sein für deine Folge. Ne, und dann können wir da weitermachen. Dann würde ich sagen, Leute, an der Stelle, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut beim Blizzard vorbei, da geht es nämlich weiter. Und, ja, Tipps und Tricks weiterhin ab damit in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss. Ciao.